Tag zusammen und herzlich willkommen bei Ingo Barbecue. Ja, wie ihr seht, es gibt heute tatsächlich kein Grillvideo. Ich hatte gestern in einigen Foren, Diskussionsgruppen angekündigt, dass ich heute mein Video Nummer 100 rausbringe, aber ich möchte das nicht übers Knie brechen. Mir geht es mehr um die Qualität als um die Quantität. Nummer 100 kommt sicherlich relativ früh in 2022, also geduldet euch noch ein wenig. An dieser Stelle möchte ich aber mal Danke sagen an euch, die ihr meine Videos guckt, die ihr mich abonniert habt, die immer wieder da sind, die mir Tipps geben, die Kritik äußern, sei es positiv, sei es negativ. Damit setze ich mich auseinander, daraus lerne ich natürlich auch, so wie jeder andere auch. Aber wichtig ist für mich, dass ihr einfach Spaß daran habt, dass ihr die Videos euch anschaut, dass ihr die Rezepte nachkocht, nachgrillt, dass ihr, ja, das soll ja auch ein bisschen, natürlich ist es Unterhaltung. Und jede Unterhaltung sollte Spaß machen, so wie es mir auch Spaß gemacht hat. Ein paar Dinge möchte ich vielleicht doch nochmal zu 2021 sagen. Es war aus der YouTube-Sicht ein cooles Jahr, viele Sachen gemacht. Danke nochmal an der Stelle an Sascha und an Mike und Sarah, dass ich bei euren Live-Videos dabei sein durfte. Das hat unendlich viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir in 2022 das nachholen können, so Gott will oder wer auch immer da oben verantwortlich ist für den ganzen Mist. Ein paar Videos laufen extrem gut. Ich glaube, die Top 5 Videos davon ist eins, was tatsächlich mit Grillen zu tun hat, also ein Rezept. Aber es ist gar nicht schlimm. Jedes Video, was hohe Klickzahlen hat, was hohe Stundenzahlen hat, also Viewtime, ist ja schön. Und da lernt ihr daraus, da lerne ich daraus und so macht es Spaß. Also das Top Video in 2021 ist, wie ich meinen Santos S401 nach 5, nee 6 Monaten tatsächlich bewertet habe. Top Video, das Nummer 2 Video ist und das ist sehr interessant, das Räuchern im Gasgrill. Und das ist in den letzten Wochen extrem stahl nach oben gegangen. Räuchert ihr alle? Was ist los mit euch? Aber hey, Basic Videos, vielleicht sind die ganz wichtig, so wie mein letztes Reibekuchen-Video. Das ist total einfach, aber es fliegt. Nummer 3 von den 2021ern ist dann tatsächlich ein Grill-Video, wie ich die Spare Ribs 3, 2, 1 in 2 Stunden mache. Auch das hat eine hohe Anzahl. Vielen, vielen Dank. Und da kommt noch viel mehr in 2022. Mir bleibt nicht viel zu sagen als, habt einen schönen Tag heute, genießt diesen 31.12., kommt gut ins neue Jahr, bleibt gesund vor allen Dingen und malet jod. Wir sehen uns. Ciao. Euch, dass ihr die Videos teilt in der Welt, mein Gott, bis überall hin. Das war totaler Schwachsinn.